So, guckt mal was ich wieder für euch geholt habe. Richtig schöne Seeforelle für den Angelsee für das Wochenende. Da sind auch noch ein paar richtig tolle Bachforelle zwischendrin. Wollen wir den Käscher voll holen. Guckt mal was für schöne Exemplare. Das sind Seeforelle in der Größeordnung so 1,5 bis 2 Kilo. Da sind auch noch ein paar größere zwischendrin. Die laden wir jetzt mal ab. So, bleibt dran. Da geht's ab hier. Und schon sind sie draus. Da geht's.